Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mal wieder mit einem weiteren 3 vs. 3. Und da ich es in den Kommentaren zur Zeit natürlich sehr oft lese und Leute fragen, Mike, gilt denn zur Zeit nicht eine Ausgangssperre und sind denn nicht Hallen und Freiplätze gesperrt? Ja, sind sie wirklich teilweise, aber man sollte vielleicht auch mal versuchen, etwas logischer zu denken oder sich zu fragen, ah, könnte das Videomaterial vielleicht etwas älter sein und vor dieser ganzen Krise gedreht worden sein? Und ja, in diesem Fall ist es hier wieder mal so, wie in vielen weiteren Videos, die jetzt noch kommen oder auch schon gekommen sind, dass sie halt einfach davor gedreht worden sind. Logische Sache, aber hier nur mal zur Info. Ich habe jetzt die Teams einfach mal Mr. Mikes Team und Mirkos Team genannt, da ihr ja mich wahrscheinlich auch kennt von meinem YouTube-Kanal her und Mirko mittlerweile auch, weil er auch in vielen Videos vorkommt. Daher habe ich mir das einfach mal so überlegt, Mirkos und Mr. Mikes Team. Gespielt wird bis 21 Punkte, aber es kann natürlich sein, dass sich während dem Spiel verzählt worden ist und daher entschuldige ich mich mal dafür, falls einfach die Punktezahl mal nicht stimmen sollte, vor allem am Ende hin. Des Weiteren mache ich noch einen kleinen Aufruf, dass ihr doch mal abonnieren solltet, die Glocke aktivieren solltet, Daumen nach oben natürlich, Kommentare lassen, falls euch gefällt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback dazu da lasst. Das durchschnittliche Alter jetzt hier von den ganzen Spielern ist übrigens über 36 Jahre alt. Es ist keiner dabei, der jünger ist als 36 oder 37, irgendwas um den Drehraum. Also das Alter ist schon sehr hoch. Nichtsdestotrotz, wir zocken zum Spaß, zum Spaß gefilmt, zum Spaß geschnitten, zum Spaß hochgeladen. Und da zur Zeit eben Basketballspiele Mangelware sind, da die NBA, Bundesliga und alles andere auch flach liegt, bin ich sowieso der Einzige, der euch jetzt so mit neuen aktuellen Spielen versorgen kann. Natürlich auch im Amateurbereich jetzt hier und nicht als Profi, aber trotzdem, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen und wenn nicht, kann ich auch nicht machen. Also genießt das Spiel, gebt mir Feedback, würde mich echt sehr freuen. In der Hinsicht sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. In der Hinsicht sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Hinsicht sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ach so. Das ist schon total. Ach so. Ach so. Ach so. Ich bin sicher nicht nur dre한데. Mit der Blocke Mit der Blocke Wettbewerb! Wettbewerb! Ah! No! Kürer! Sorry! Kürer! 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 Broker, nix! 6! 18! 20! 15! 20! 20! 20! 20! 20! 20! 20! Okay. Last job. Set. Easy. Easy. Die zwei. Komm herz! Komm herz! Barschen, Barschen, Barschen! Komm herz! Komm herz! Es ist ein Ding, aber es ist ein Ding. Ich hab dich. Ja, ich hab dich. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Bisschen! Bisschen! Lass uns auf Bisschen! Scheiße! Scheiße! Einmal! 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 Gut, gut. Nein! Sorry. Mal. 2, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 Ja! Rücksicht. 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 Auf geht's. Rücksicht. 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 Auf geht's. Rücksicht. Rücksicht. So, ich habe mal gedacht, am Ende von diesen Videos mache ich jetzt immer noch mal ein bisschen Werbung, damit ich natürlich auch über 10 Minuten komme und 100 Mal Werbung schalten kann. Schau mal dafür auf euren Nacken. Aber nein, auch noch ein bisschen Werbung jetzt zum Beispiel für Topaz, weil Topaz hat er zur Zeit diese Basketball-Shorts im Angebot mit Taschen. NBA-Teams, vor allem mit den geilen Logos der 90er. Aber checkt da unbedingt mal vorbei, der Videolink ist unten verlinkt. In der Videobeschreibung echt richtig geile, hochwertige Hosen am Start. Shorts von Hardwood Classic mit Schlenes, richtig feiner Scheiß. Und hier seht ihr schon, auch mein Outfit, wie da immer wieder ausgepackt war. Heute habe ich einen Gerichtstermin, um was es da geht, seht ihr in den kommenden Tagen. Kommen ein paar Videos dazu und ich habe nicht viele Hemden zu Hause. Hier, alles Jordan natürlich, passen die Schuhe dazu. Ich meine, ey, wie fresh sehe ich bitte aus? Dafür schon mal den Daumen nach oben, massakrieren, haut rein. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ja, ich muss los, nicht zu spät kommen. Bin ich schon über 10 Minuten, ich hoffe es. Ihr gönnt mir ja, oder? Wer es mir nicht gönnt, drauf geschissen, ist mir eh wurscht. Ja, ansonsten Topaz, wie gesagt, unten rauschecken in der Videobeschreibung. Echt, da könnt ihr mich auch gerne supporten, wenn ihr mir den Link ein bisschen einkauft. Die Shorts echt hochwertig, hochklassig. Ich sage es ja immer wieder, gestern hatte ich den ganzen Tag zum Beispiel das Ellen Iverson-Jersey an. Alter, es ist was Edles. Ich kann es euch nicht sagen. Leute, Kinder aus den 90ern zum Beispiel, die die Champion-Trikots zum Beispiel haben. Ich habe letztens ein Video darüber gemacht. Die sind um einiges leichter, aber auch nicht so edelschön verarbeitet. Dieses Gestickte halt. Mir persönlich gefällt das Gestickte um einiges besser als das Eingedruckte, das Eingefärbte. Was ich jetzt zum Beispiel an dem Champion-Trikot von Damon Stardomai habe. Viel habe ich nicht mehr. Jason Williams habe ich noch von Champion. Alles leider schon ausgewaschen, weil es halt schon an die 15 Jahre auf dem Buckel hat. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied und ist halt auch dem Preis wert. Man sagt es natürlich, ein Jersey für über 80 Euro. Na, vergiss es. Oder eine Basketballhose 50 Euro. Boah, ne. Aber ey, ich habe meine Basketballhosen. Ey, ich habe Hosen seit über sieben Jahren. Die habe ich über hundertmal gewaschen. Ich schwöre es euch. Und die sind immer noch unglaublich top. Okay, bei der habe ich jetzt natürlich noch nicht den Langzeittest gemacht, weil ich die hier erst einen Monat habe. Aber ansonsten meine Shorts. Ihr könnt mir auch gerne mal Feedback geben, wenn ihr ein Video sehen wollt von meinen ganzen Michael-Jordan-Shorts. Weil die sind auch an die 15, 20 Stück, glaube ich mal, mittlerweile. Habe ich auch eine verastete Sammlung. Aber Shorts sind einfach wichtig. Weil wer von uns Ballern geht schon nackig raus, um nackig zu spielen? Ich glaube, die wenigsten. Und wenn, dann kriegst du wirklich Probleme. Deshalb tun wir es ja nicht. Oder? Feedback geben wir eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mark. Brrrr. 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 Brrrr.